hallo meine leute heute will ich meinen restaurant essen gehen und das ist nicht weit von mir das ist ein tepazip waterpark nennt man das und das ist eine schöne aussicht hier da unten wo er es jetzt sieht das ist der wasserpark das ist fünf kilometer von uns entfernt restaurant ich hoffe das essen ist gut meine frau wie er so sieht einjähriges hochzeitstag heute und fisch ist dazu das ist viel chili in sehr scharf das ist geschweine braten das ist nudeln mit gum ja das ist das essen das ist meine frau ein essen zum hochzeitstag ich ich ich